Ja, was wir aber haben, das ist sehr geil, Akash einfach 6$ geknackt, zieht euch diese Chart mal rein, das ist doch nur verrückt, 3100% jetzt schon, Render 10$ geknackt, Render ist einfach zweistellig jetzt, das waren so Ende 2024 eigentlich das Ziel und jetzt sehen wir das wahrscheinlich noch vor dem Halving, das ist so verrückt, dieses Projekt müsste auch so 25x jetzt irgendwie was sein, 26x, ja 2600%, völlig verrückt, was hier einfach gerade abgeht aktuell, Solana zieht mit und warum das alles so ein Potenzial hat, ja, das bin ich einmal ganz kurz heute im Video drauf eingegangen, weil wir einfach eine noch nie dargesehene Harmonie vor allem im Crypto Space haben, ja, ihr erinnert euch vielleicht an die OG Leute jetzt hier draußen, wie sich die Projekte und die CEOs und so weiter angebieft haben, 2020, 2021, ja, wir sind das krasse, das ist der Projekt und hier, guck mal, wie schlecht das eigentlich ist, insbesondere so ein Charles Hoskinson von Cardano Ader und guck mal dies und guck mal das und sobald es mal einen Ausfall von Solana gab, haben alle anderen gelacht und hier, guck mal, wir sind noch nie ausgefallen und das war immer so ein Ausschlachten, wisst ihr? Und jetzt hängt das gefühlt alles irgendwie zusammen, so alle, gerade so Betensor Tower Render, wie viele Subnets, die zu entsprechend anderen Projekten, ähm, ja, einfach geliefert haben, gestellt haben, wie viele Projekte Anbindungen da jetzt zu haben, Fetch und Ajax, was ja grundsätzlich vom Konzept her völlig konkurrierende, äh, AI-Projekte sind, einfach eine Partnerschaft zusammen, auch Anbindungen zu Render, kannst du hier drüber laufen lassen, bieten die Infrastruktur auch über Nvidia, für jetzt Fetch, was dann wieder die Möglichkeit für Ajax und Nvidia bringen, warum die alle gemeinsam pumpen, ja, AI ist das Narrativ, geht richtig steil, was braucht AI? viel Rechenleistung, viel GPU-Leistung, wo die ganzen Cloud-Computing-Deepin-Projekte wie Render, Akash, Kudos, keine Ahnung, was alles, äh, zustande kommt, was brauchen die zusätzlich? Storage, ja, Projekte wie Filecoin, was müssen die alle können? Schnell skalieren, günstige Transaktionskosten haben, laufen über Solana, das ist einfach, das ist einfach, so war das in dem Fall noch nie da, das ist so eine geballte Infrastruktur, gerade, und die harmonieren einfach, die Projekte, und das ist einfach das, was es auch so stark macht, um warum es jetzt einfach schon steil geht, und nicht erst, wie eigentlich geplant, nach dem Harving und 2025 irgendwo in Richtung Top laufen, ja, warum diese Projekte ihren komplett eigenen Bullrun machen, während die gesamten anderen, eigentlichen OG-Coins noch ziemlich auf der Strecke liegen bleiben, ja, gehen völlig durch die Decke einfach. In der Videobeschreibung findest du einen Link zur BaFin-regulierten Kryptobörse Bitpanda. Starte jetzt und profitiere von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren selbst per PayPal und Kreditkarte. Das ist genial. Und auch Nvidia, die da einfach den Ton im Aktienbereich angeben und eigentlich, schon lange hätten eigentlich mal korrigieren müssen, da einfach nichts von Korrektur zu sehen ist, sondern es einfach nur weitergeht. Und das ist einfach gerade richtig krass. Das, finde ich, ist für mich persönlich so die größte Veränderung im Markt eigentlich. Klar, es ist jetzt alles anders, weil Bitcoin all-time high geknackt vor dem Harving und wir haben die ETFs und die institutionellen Anleger und sowas, aber diese Harmonie unter den Projekten, das, finde ich, ist einfach das Krasseste, diese Veränderung. Dieser Zusammenschluss, ja, nicht nur Konkurrenz und gegenseitig ausschlachten und kauft alle mein Projekt, weil euer Projekt ist doof, sondern gefühlt sind die über Umwege alle miteinander irgendwie gepartnert. Ja, auch Nia hat ja auch eine Anbindung indirekter quasi zu Nvidia, waren zumindest mit in den Gesprächen und so weiter, in den Konferenzen. Und das ja nicht aus Spaß, so, nicht aus, oder aus Zufall oder sowas. Alles irgendwie gemeinsam. Das finde ich geil. Das ist einfach, das siehst du gerne. Weil ich hab dann, das war ja auch mit den Communities immer so, die haben sich ja selber gegenseitig immer ausgeschlachtet, so, immer so. Die haben sich mit irgendeinem Projekt verheiratet und alles andere war scheiße. Ja, so wie die Bitcoin-Maxis oder sowas. Ja, es gibt nur Bitcoin, alle anderen sind doof. Und dann gibt's die XRP-Maxis, wenn du was gegen XRP sagst, wirst du des Todes gehatet und alle anderen sind doof, nur XRP ist das einzig Wahre. Und das hab ich so das Gefühl, das ist jetzt einfach nicht mehr so, ja. Das ist alles miteinander. Jeder freut sich, ja hier, ich hab da die Profite gemacht, ich hab da die Profite gemacht, ja geil, die hängen ja auch zusammen, die Projekte. Das ist das, was für mich den krassesten Unterschied im Bullrun im Vergleich zum letzten macht.